Hier sehen wir jetzt vier bunte Fenster. Das sieht zwar sehr schön aus, erfüllt aber einen ziemlich wichtigen Zweck. Denn in allen vier Fenstern befinde ich mich quasi am selben Ort, nämlich in slash home slash user. Hier und hier auch. Überall befinde ich mich quasi am selben Ort. Dennoch befinden sich in jedem Ort unterschiedliche Dateien. Hier gibt es eine wichtig.txt, hier gibt es sichererort.xml und hier gibt es sogar eine geheim.md-Textdatei. Während es hier oben in dem gelben Kasten überhaupt keine Datei gibt. Und wenn ich jetzt versuche, die geheime Datei einfach in den oberen hineinzuschieben, dann wird das definitiv nicht funktionieren. Genauso wie ich den sichererort.xml nicht in den roten Ordner hineinschieben kann. Und vice versa. Also wie wir es drehen und wenden. Ich kann von blau nicht auf gelb zugreifen, von rot nicht auf schwarz und so weiter. Denn hierbei handelt es sich um vier gleichzeitig gestartete virtuelle Maschinen, die hier auf diesem System gerade laufen. Diese virtuellen Maschinen nennen sich Cubes, laufen alle parallel und schirmen sich untereinander ab. Und das macht Cubes OS zum sichersten Betriebssystem der Welt. Und das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Also schnappt ihr einen Tee, los geht's! Einen wunderschönen sonnigen Sonntagnachmittag! Es ist wieder Sonntag, Zeit für Sonntags-OS. Und heute installieren wir mal das sicherste Betriebssystem der Welt, nämlich Cubes OS. Denn wie bereits hier auf dem Bildschirm zu sehen, selbst Edward Snowden hat 2016 schon gesagt, wenn dir Sicherheit wirklich sehr, sehr ernst ist, dann ist Cubes OS das beste Betriebssystem, das aktuell verfügbar ist. Das ist das, was ich nutze und auch kostenfrei ist. Kein anderes System beherrscht VM-Isolation besser. Was VM-Isolation ist, das erfahren wir dann gleich. Und wir schauen jetzt hier einfach mal auf die Website. Hier ist nämlich die Website von Cubes OS. Und hier steht nämlich auch nochmal das Zitat von Edward Snowden. Das hat er auch gegeben. Das war nach dem NSA-League. Einmal unter Introduction finden wir erst mal heraus, was Cubes OS überhaupt ist. So, wie ist Cubes OS aufgebaut? Anders als herkömmliche Betriebssysteme erstellt Cubes OS ausschließlich virtuelle Maschinen. Cubes OS fungiert quasi als Zen-Hypervisor, worüber im Prinzip das Systemmanagement läuft. Und dieser Hypervisor erstellt dann basierend auf verschiedenen Templates, dann entsprechend die VMs, diese Mini-VMs. Und zwar, die sind dann auch farbig markiert. Das sehen wir alles nachher gleich noch. Diese kleinen Mini-VMs nennen sich dann Cubes oder Cubelets. Ja, und diese farbigen Markierungen, die kommen auch nicht von ungefähr. Die Farben sind dann basierend auf dem Sicherheitsgrad. Das kann man aber selber auch für sich festlegen. Also da gibt es, das ist jetzt kein Muss, aber das haben die Entwickler dann so für sich festgelegt, dass das am besten ist. Und zwar hier sehen wir das Level of Trust. Ich mache mal ein bisschen größer. Hier kann man noch ein bisschen größer machen. Level of Trust. Also die schwarzen VMs, die sind sehr safe und ultimativ vertraut, im ultimativen Trust. Dazu zählt dann im Prinzip der Display-Manager und die Hardware, die auf Fedora läuft, genauso wie das System-Management. Ja, aber eben auch zum Beispiel hier Tor und Hoonix, was ebenfalls installiert ist oder ebenfalls in einer VM, in einem Cube parallel läuft. Und ebenso auch das Vault, also der Tresor quasi. Da ist zum Beispiel dann auch KeyPassX mit drauf. Ja, ein Passwort-Manager. So, dann gibt es quasi die roten VMs, dazu zählen zum Beispiel. Das ist der Netzwerk-Stack und auch die Hardware, die Peripherie-Hardware. Die werden über eine VM gesteuert, die eben rot markiert ist, quasi als unsafe und untrusted. Das liegt eben daran, weil diese VMs als einzigen Zugriff zur Außenwelt haben. Sei es eben durchs Internet oder eben auch durch Peripherie-Geräte und externe Hardware wie USB-Stick. So, und dann gibt es halt diese Templates, weil diese Mini-VMs, wenn die erstellt werden, muss man natürlich nicht für jede kleine Mini-VM eine Installationsroutine durchgehen, sondern die erstellen sich quasi sehr minimalistisch selber, basierend auf Templates. Und welche Templates verfügbar sind, sehen wir hier. Fedora, Hoonix und Debian. Hier steht noch Windows 7. Ich habe aber bei meinem Test festgestellt, dass Windows 7 gar nicht mehr dabei ist. Ich weiß nicht, seit wann das vielleicht nicht mehr dabei ist. Und auf jeden Fall Fedora, Debian und Hoonix. Ja, und darüber laufen dann die Apps. So, genug geredet, Taten warten. Wir gucken uns mal trotzdem noch ganz schnell das Team an, denn es gibt tatsächlich eine Reihe von Leuten, die da dran auch arbeiten. Und sehr hervorzuheben ist auch die Gründerin. Das, hier haben wir sie. Emeritus ist das quasi. Johanna Rutkowska. Sie ist Founder of Cubes OS quasi. Sie hat das Ganze quasi erfunden, könnte man sagen. Und das ist absolut fantastisch. Ich finde, die Linux-Welt muss viel weiblicher werden. Und hier bei Cubes OS arbeiten tatsächlich viele Softwareentwicklerinnen mit, wie zum Beispiel hier Demi Marie oder auch Martha. Und hier auch Johanna. Und ja, Frauen sind immer sehr willkommen, gerade auch in der Linux-Welt, denn auch Frauen haben immer mal wieder einen ganz anderen Blick auf bestimmte Sachen. So, einmal auf Downloads. Kommen wir hier auf die Downloads-Seite. Und da können wir dann Cubes OS dann entsprechend als Torrent herunterladen oder hier direkt als ISO. Und zwar die Latest Stable Release, also die 4.1.1. Die werden wir jetzt hier auch mal herunterladen, so wie sie jetzt ist. Und das ist eine ziemlich große ISO. Da muss man halt dann sich ein bisschen Zeit auch nehmen. 5,4 Gigabyte. Ja, die passt also nicht auf so eine herkömmliche DVD. So, wenn das Ganze dann heruntergeladen ist, die ISO, dann muss diese natürlich auf einen, ja, bootfähigen Stick gezogen werden. Denn Cubes OS werde ich nicht in einer virtuellen Maschine starten können. Das funktioniert nicht, da ja Cubes OS selber ein Hypervisor ist und virtuelle Maschinen erstellt. Und man kann eine virtuelle Maschine nicht innerhalb einer virtuellen Maschine erstellen. Das funktioniert nicht. So, und dafür habe ich hier schon einen Stick drin und da habe ich Ventoy drauf. Das ist sehr zu empfehlen, weil da braucht man im Prinzip nur die ISO einfach reinkopieren in den Ventoy Ordner und dann, ja, funktioniert das auch. Und ja, wenn wir das haben, dann einmal den Stick auswerfen. So, dann der Stick rein in den Rechner und dann starten wir mal den Rechner. So, ich breche den Bootvorgang jetzt aber hier an der Stelle ab und bin jetzt hier erst mal im Menü vom meinem, ja, vom Rechner selber. Und dann gehe ich erst mal hier in die Computereinrichtung rein. Das ist dann quasi dieses, ja, BIOS-Menü, das UEFI-Menü, wie man das auch nennen möchte, wie du bei dir in das BIOS- oder UEFI-Menü reinkommst. Da schaust du einfach ins Handbuch deines Gerätes, in deines Mainboards oder deines PCs und da ist dann auch eine Tastenkombination drin. Denn es gibt eine sehr wichtige Einstellung, die hier noch zu tätigen ist. Und zwar ist das die Virtualisierungstechnologie, die hier aktiviert sein muss. Das heißt, da musst du mal schauen bei dir, wo du Virtualisierung entsprechend aktivieren und deaktivieren kannst. Virtualisierung muss auf jeden Fall aktiviert sein, sonst funktioniert das alles nicht. Und ja, dann würde ich sagen, starten wir mal. Bei mir war das jetzt hier alles schon eingestellt, deswegen werde ich jetzt einfach hier ignorieren und starten. Ich habe jetzt hier eine Auswahl, was ich denn zuerst booten möchte, was ich zuerst starten möchte. Und da wähle ich jetzt hier meinen SanDisk Cruiser aus. Das ist der USB-Stick. Nicht irritieren lassen, die Debian-Einträge. Hier ist noch ein NAT-Server mit drauf auf dem Gerät. So sieht dann der Ventoy-Stick aus. Und hier ist Cubes R4. Das ist die ISO im Prinzip, die ich draufgespielt habe. Und die wähle ich jetzt einfach aus. Und so sieht dann im Prinzip das Grub-Menü aus von Cubes OS. Da einfach starten. So und beim Startvorgang bitte geduldig sein. Das kann manchmal ein bisschen länger dauern. Gerade der erste Start von der ISO. Wie gesagt, die ISO ist 5,4 GB groß. Das dauert eine Weile, ehe das alles geladen ist. Deswegen wirklich geduldig sein. Der Display kann zwischendurch auch mal eine Weile schwarz sein. So gestartet wird jetzt direkt in den Installer. Es gibt also keine Live-Umgebung, sondern es gibt den Installer. Das ist Anaconda. Das kennt man von Fedora-Installationen, Debian-Installationen oder auch von Red Hat-Installationen. Die nutzen dann auch gerne diesen Installer. So, da können wir jetzt hier Deutsch einmal auswählen. Und als allererstes lösen wir quasi alles das, was hier mit einem Ausrufezeichen hinterlegt ist. Als erstes das Installationsziel. Ich habe hier ein paar Festplatten drin. Ich wähle die Veno-Festplatte aus. A-T-A-Veno. Das ist nämlich die, da wo nichts drauf ist. Ja, denn das hier sind meine Server-Festplatten. Die müssen unbedingt bleiben. So, und hier ist standardgemäß Verschlüsselung drin. Und wer es wirklich ernst meint, natürlich mit CubeOS und mit Sicherheit, der sollte das auf jeden Fall drin lassen. Ich lasse es auf jeden Fall drin. Dann einmal fertig. Und jetzt werde ich nach einem Passwort gefragt. Also werde ich jetzt hier ein sicheres und kompliziertes Passwort vergeben, um die Partition oder um das Betriebssystem vom Start her zu verschlüsseln und abzusichern. Und hier steht auch, Warnung, Sie werden nicht zu einer anderen Tastaturbelegung wechseln können. Das bedeutet, wenn das System startet und da dann die Verschlüsselung freigegeben werden muss, wirst du die englische Tastatur haben. Das heißt, am besten nutzt du jetzt hier keine Sonderzeichen großartig und auch keine Umlaute. Es sei denn, du weißt genau, wo auf der englischen Tastatur spezielle Sonderzeichen sich befinden. So, dann einmal speichern. Sehr gut, das hat er übernommen. So, und jetzt legen wir gleich noch einen Benutzer an. Und wir nennen den Benutzer-Typ. Und dann ein sicheres und kompliziertes Passwort für den Benutzer-Typ. Dann einmal auf Fertig. Jetzt sagt er ganz hier unten, drücken Sie erledigt nochmal, um das Passwort trotzdem zu benutzen, weil das ist leider zu kurz. So, dann einmal auf Fertig. Du nutzt natürlich ein sicheres Passwort. Und dann geht es auch schon zu Installation starten. Und das passiert jetzt alles von alleine, von automatisch und kann jetzt wirklich eine ganze Weile dauern. Da jetzt nicht verzagen, es dauert durchaus eine halbe, dreiviertel Stunde, je nachdem, wie schnell dein Rechner auch ist. Ja, und die Zeit warten wir jetzt einfach mal ab. So, die Installation ist jetzt abgeschlossen, quasi vollständig. Und hier können wir dann auf Reboot System gehen. Und damit wird das ganze System neu gestartet. So, und hier haben wir dann die Sperre, die Partitionssperre, die wir uns vergeben hatten. Und unten sieht man so einen Balken durchlaufen. Das heißt, er lädt im Hintergrund schon die ersten Sachen rein, den Kernel und so weiter. Und hier kann ich jetzt einfach die Sperre entsperren. Ich gebe das Passwort ein und drücke Enter. Und dann führt im Prinzip Cubes OS das Laden des Betriebssystems weiter fort. Und dann sind wir immer noch im Installationsmenü. Ja, jetzt zwar nicht mehr direkt auf der ISO, sondern schon auf der Platte. Aber es gibt noch einige Schritte auszuführen. Und zwar hier in der Mitte Cubes OS. Dann klicken wir einmal drauf. Und hier kann ich dann entscheiden, wie das Cubes OS konfiguriert werden soll. So, ich kann also die Installation Fedora, Debian und Unix, die Templates quasi mitliefern, damit das installiert wird. Und ich kann hier festlegen, ob Debian 11 oder Fedora 36 quasi das Standard-Template sein sollen. Ich lasse hier auf Fedora 36. So, des Weiteren kommt hier noch eine Konfiguration. Was genau das alles bedeutet und was das für Konsequenzen hat, da am besten mal in das Handbuch und in das Wiki von Cubes OS schauen. Es gibt dann hier unten noch eine Möglichkeit, Do not configure anything. Das ist nicht zu empfehlen, anzuklicken, denn dann wird tatsächlich gar nichts gemacht. Also alle Hypervisor sind geschlossen. Es wird nur der Haupt-Hypervisor gestartet. Und dann muss ich alle Cubes und so weiter selber erstellen und alle Templates selber konfigurieren. Und zwar von Null auf. Das will ich natürlich nicht. Ich will hier schon die Templates alle schon vorgelegt haben, damit wir hier gleich loslegen können. Okay, also dann einmal auf Done. Und dann war es das im Prinzip auch schon. Und jetzt gehe ich hier auf Finish Configuration. Und jetzt heißt es nochmal abwarten, denn jetzt werden die ganzen Template-VMs von Fedora, Hunix, Debian und so weiter installiert. Und das kann jetzt auch nochmal ungefähr eine Stunde dauern. Deswegen nicht verzagen. Auch wird dieser blaue Balken, der hier zwischendurch hin und her fährt, der wird dann einfach irgendwann auch stehen bleiben. Das sieht dann erst so aus, als wenn das alles abgestürzt ist. Ist es nicht. Einfach geduldig sein. Einfach machen lassen. Der stürzt schon nicht ab. Es hat alles seine Richtigkeit. So, und die Installation ist jetzt komplett fertig. Und der Rechner hat sich quasi selber neu gestartet. Und dieser Start ging wirklich rucki zucki. Also der hat nur drei Sekunden oder so gedauert. Also das ist wirklich sehr, sehr gut. Und ja, wir befinden uns jetzt hier in der Anmeldemaske. Das ist, so wie es aussieht, LightDM. Und hier oben haben wir dann noch das Menü. Und hier können wir dann auch die Sprache auswählen. Allerdings ist hier nur Englisch zum Auswählen angegeben. Aber das ist auch überhaupt nicht so schlimm. So, einmal das Passwort rein. Und schon befinden wir uns hier auf der Oberfläche. Das ist auch alles. Hier sehen wir es Connection Established. Also hier wurde jetzt die Netzwerkverbindung hergestellt. Und das Ganze hat einen roten Rahmen. Das merken wir uns mal. So, und hier oben sehen wir auch dieses, Das ist das Netzwerk-Symbol. Hier steht dann, Netzwerkverbindung ist halt hergestellt. Und auch hier ist ein roter Rahmen drumherum. Und auch dieses Symbol hat einen roten Rahmen. Und das hat natürlich seinen Grund, wie wir das vorhin schon gesehen haben bei den Levels. Das kann ich jetzt nochmal schnell aufrufen. So, hier sehen wir jetzt ein Syst-Net-VM-Network-Stack. Und da drüber sehen wir dieses WLAN-Symbol und eben auch das Ethernet-Symbol. Und das hat hier auch die Farbe Rot. Das ist ja quasi Teil des Syst-Net-VM, also des Syst-Net-Cubes. Und deswegen ist das rot. Ist also unsafe und untrusted, weil sich die Geräte oder die Software, die sich hier drin befindet, quasi mit der Außenwelt kommunizieren. Ja, das einfach nur nochmal ins Gedächtnis zu rufen. Schauen wir gleich mal, was hier sonst noch so zu finden ist. Wir haben hier zum einen die Uhrzeit und einen Kalender. Haben wir hier noch die Lautstärkeräger, einen Lautstärkemixer. Hier haben wir die Cubes-Devices. Hier sind quasi alle Block-Devices aufgelistet. Und man sieht hier im Prinzip ein Device, das nennt sich DOM 0. Und DOM 0 ist quasi die oberste Ebene von Cubes OS. Über den DOM wird im Prinzip alles gesteuert. Das ist quasi die Spitze der großen Pyramide. Und hier sehen wir dann die verschiedenen Festplatten. Unter anderem eben die Toshiba-Festplatte, die 2TB-Festplatte, das ist meine NAS-Festplatte. Dann haben wir hier die 60GB-Festplatte. Das ist auch nochmal eine SSD, die hier eingebaut ist. Und eben auch hier die 512, 45GB und so weiter. Das sind dann die Festplatten hier. Alles, was SDC ist, das gehört jetzt hier zu dem Cube im Prinzip. Und hier haben wir eben auch den Stick, den ich noch drin habe. Das ist der Ventoy-Stick. Und wenn ich den jetzt öffnen möchte, klicke ich zum Beispiel einfach auf SysNet drauf, dann wird dieses Device an SysNet angeheftet und ist dann quasi aus dem anderen entfernt worden. Und jetzt ist es quasi im SysNet drin. Wenn ich also diesen SysNet Cube jetzt öffnen würde, da können wir mal hier schauen, da gibt es hier das SysNet. Ja, wir bleiben jetzt einfach mal, alles andere ignorieren wir erstmal. Hier gibt es dann SysNet, das ist der rote SysNet Cube. Und da kann ich hier jetzt SysNet als öffnen. Das braucht jetzt einen Moment. So, und schon ist das Ganze geöffnet. So, dann öffne ich jetzt diesen Ordner, quasi den Root-Ordner mal in einem Terminal. So, und wir sehen hier immer noch den roten Rand. Der rote Rand, der rote Rahmen sagt mir, dass ich jetzt in diesem SysNet Cube befinde. Ich bin jetzt quasi Nutzer im SysNet. Ich mache das Ganze jetzt mal größer. Kleinen Moment. So, jetzt ist es etwas größer. Sehr gut. Und jetzt kann ich mal lsbk eingeben. Das sind die Block-Devices im Prinzip. Und wir sehen hier unten XVDI. 29,8 GB. Das ist im Prinzip jetzt der Stick. Und der ist nur hier jetzt zu finden. Hier im SysNet Cube. Und ich kann ihn jetzt sogar auch einhängen, wenn ich das möchte. mit sudo mount und dann eben slash des slash xvdi. Und dann hänge ich den einfach in slash media rein. So, dann bin ich jetzt hier einfach bei slash media. Und hier sehen wir jetzt die ISOs. Und den Inhalt dieses USB-Sticks sehe ich nur in jetzt, in diesem Augenblick, im SysNet Media. So, ich kann das mal wieder aushängen. So, jetzt ist es auch wieder ausgehängt. Jetzt ist der Media-Ordner wieder leer. Und wenn ich jetzt hier einfach das Ganze hier wieder auswerfe, dann steht hier device available. Das bedeutet, das Gerät ist wieder für die Nutzung in anderen Cubes verfügbar. Und hier ist es jetzt tatsächlich weg. Wenn ich jetzt lsblk eintippe und mir das alles nochmal auflisten lasse, dann sehen wir, ist der letzte Eintrag jetzt hier xvdd und xvdi. Danach fehlt komplett. Jetzt ist quasi dieser Stick hier nicht mehr verfügbar. So. Jetzt haben wir schon mal das SysNet Cube mal kurz kennengelernt. Das war jetzt ein bisschen praxisbezogenes Beispiel, wie man eben die Geräte hier eben verwenden kann. Ebenso übrigens auch mit dem Mikrofon. Auch das Mikrofon kann ich dann entsprechend einem Cube zuordnen. So, hier gibt es noch ein Clipboard, quasi eine Zwischenablage. Hier ist das Power Management. Der zeigt nur an, dass er mit Strom verbunden ist. Dieser blaue Würfel zeigt dann im Prinzip meine aktiven Cubes an. Also alle Cubes, die gerade laufen. Das sind erstmal nur der Netzwerkmanager und die Firewall. Mehr ist es im Prinzip nicht. Und dann gibt es hier noch einen Cube Manager. So sieht er dann aus. Und hier sind im Prinzip schon die ganzen Templates oder die ganzen vorgefertigten Cubes im Prinzip, die aber alle noch nicht gestartet sind. Die sind alle noch nicht aktiv. Die verbrauchen auch keine Ressourcen und so weiter. Ja, die gucken wir uns jetzt gleich an. Hier kann man dann auch noch das Keyboard Layout dann entsprechend bestimmen für die einzelnen Cubes. Das ist ganz cool für mehrsprachige Nutzer, die zum Beispiel mehrere Cubes haben. Zum Beispiel einen französischen, einen French Cube zum Beispiel oder einen deutschen und einen deutschen Cube. Ja, weil sie zum Beispiel, nehmen wir mal an, du kommst aus der Schweiz und du hast, du beherrschst alle drei Sprachen, Deutsch, Französisch und Italienisch. Und du wechselst dann gerne zwischen den Cubes dann hin und her, zum Beispiel im Rahmen deiner Arbeit oder auch privat, weil du mit verschiedenen Leuten in verschiedenen Sprachen unterwegs bist und deine Anwendungen dann auch in verschiedenen Sprachen eingestellt sind, kannst du jedem Cube auch gleich ein eigenes Tastaturlayout vergeben. Und zwar direkt hier im Cube Manager. Das nur ein Beispiel. Jetzt haben wir gerade gesehen, wenn ich hier auf Layout drücke, please update the Cubesys net or its template to the newest version. So, das machen wir jetzt aber nicht. So, hier sehen wir jetzt auch, ist dieses Fenster hier, der Fensterrahmen ist jetzt silbern. Und silber bedeutet, das ist die oberste Ebene. Das ist der Dome im Prinzip, die Domekuppel hier, Dome 0. Ja, das ist quasi der Hypervisor, von hier oben wird alles, was da drunter ist, gestartet. Und alles das hier ist unterhalb des Doms. Und hier sieht man auch, der Dom wird hier gekennzeichnet mit einer Krone. Das ist die Admin-VM. So, dann schauen wir mal weiter, was wir hier so haben. Es gibt hier einmal direkte Systemtools, die betreffen dann tatsächlich auch XFCE. Das heißt, hier sind tatsächlich die üblichen Verdächtigen auch drin. Einstellungen, Desktop-Größe auch, das Panel kann man konfigurieren, Puls Audio Manager und was es so alles eben gibt. Ein Task Manager und hier unten auch nochmal ein XFCE Terminal. Das ist auch hier das Dome Terminal, das Admin Terminal. Wenn ich jetzt hier die Block-Devices-Liste mal mir anschaue, dann sehe ich, wie der ganze Dome hier aufgebaut wird. Man muss sich vorstellen, ich habe jetzt einfach nur LSBLK eingegeben hier oben. Ja, und das ist im Prinzip die Geräteliste. Ich mache es nochmal ein bisschen größer und scrolle nochmal ganz nach oben. So sieht das Ganze dann aus. Wir haben hier oben die Loop-Devices, die zeigen immer auf sich selber. So, dann haben wir hier SDA, das ist die Hauptfestplatte mit einer Boot-Partition und einer EFI-Partition. Und dann geht es im Prinzip los. SDA 3 ist dann in Anführungsstrichen die Root-Partition, die ja mit LAX verschlüsselt ist. Und dann geht es los. Cubes, der Dome als Root. Und dieser hat dann quasi hier das eigene Root-Verzeichnis und ist im Prinzip nur 20 GB groß, der Dome. Ja, und davon gibt es dann gleich mehrere. Die sind alle voneinander abgeschirmt. Dann gibt es noch einen einzelnen 4 GB Swap-Dome im Prinzip. Und ja, dann geht das hier weiter runter. Da hat man dann die Datenpools. Und dann innerhalb des VM-Pools, also es gibt einen Dome nur für VMs. Und dieser Dome enthält dann im Prinzip den VM-Pool. Und innerhalb dieses Pools befindet sich dann zum Beispiel Hoonix, Fedora, dann nochmal Fedora, Debian. Dann gibt es hier den Private und auch nochmal DVM. Das war hier dieses Netzwerk. Das ist ja nachher alles noch benannt worden. Hier auch nochmal Hoonix, auch Untrusted. Dann hier das Vault, also der Tresor. Den gucken wir uns gleich noch an. Ja, so ist das Ganze dann alles aufgebaut. Also es ist unfassbar kompliziert, aber auch unglaublich spannend, wie Cubes OS tatsächlich funktioniert. Und das habe ich wirklich noch nie gesehen bei irgendeinem anderen Betriebssystem. Das ist echt spannend. Jetzt haben wir hier noch die Cubes Cube Tools. Man kann Backups erstellen. Man kann eine neue VM erstellen. Hat man hier nochmal Zugriff auf den Cube Manager. Den haben wir ja eben gesehen. Auch nochmal eigene globale Einstellungen. Dann den Template Manager. Damit kann ich dann neue Templates auch erstellen oder eben ein Template bearbeiten, wenn mir irgendwas nicht gefällt. Wenn ich zum Beispiel in Fedora 36 Template, wenn ich da noch zusätzlich eine andere Software-Standard gemäß mit installiert haben möchte, kann ich das in den Templates dann entsprechend einstellen. Und ja, dann gibt es noch das Cubes Ups Update. Der hat ja hier schon gesagt, dass Updates verfügbar sind. Das wird aber sehr, sehr lange dauern jetzt die Updates, weil der wirklich alle Templates aktualisiert. Und das schenken wir uns jetzt erstmal. Und ich kann zum Beispiel auch ein Backup wieder herstellen. So, dann machen wir mal hier weiter. Jetzt sehen wir hier diverse Cubelets, die dann alle auch einen Namen haben. Unter anderem zum Beispiel Disposable. Disposable für Dora ist hier rot gekennzeichnet. Wenn ich also hier jetzt zum Beispiel den Firefox mal aufmache, dann sieht man hier oben rechts in der Ecke, dass ein Cube gestartet wird mit dem Namen Disp8372. So heißt jetzt im Prinzip dieser Cube. Das ist einfach ein zufälliger Name. Und dann kann ich jetzt hier walten und gestalten, wie ich das möchte. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel auf YouTube gehe, dann habe ich keinerlei Einschränkungen. Und dieser Firefox ist quasi wirklich genauso unsicher, wie jeder andere Firefox auf einem normalen Betriebssystem jetzt hier auch. Das ist also jetzt nicht sonderlich abgeschirmt. Der ist jetzt quasi, der kommuniziert jetzt direkt hier nach draußen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel hier mir einen Favoriten anlege, einen Bookmark, sage ich einmal Save. Und dann sehe ich jetzt hier ist YouTube, ist jetzt hier gebookmarkt worden. Ich kann jetzt hier noch einen Bookmark machen. Ich mache das hier mal weg. Gehe jetzt hier oder sage hier einfach, ich will diese Fedora Bookmarks einfach weg haben. Und das Fedora Magazin ebenfalls. So hätte ich gerne meinen Browser. Und dann kann ich den Browser zum Beispiel schließen. So, und wenn mir dann einfällt, ja, dann sehe ich hier Disp8372 has shut down. Das heißt, alle Anwendungen innerhalb dieses Cubes sind jetzt geschlossen. Das hat er festgestellt und er hat den Cube jetzt ebenfalls geschlossen und auch gelöscht. Denn wenn ich jetzt sage, alles klar, jetzt öffne ich nochmal diesen Fedora Disposable. Jetzt sehen wir, wird ein neuer kreiert mit einer neuen Nummer. So, jetzt haben wir hier den neuen Firefox wieder geöffnet. Wie gesagt, aus dem, aus derselben Anwendung, Disposable Fedora 36 DVM. Und wie man jetzt hier sieht, sind meine Bookmarks weg und Fedora Docs und mit Fedora Magazin sind wieder da. Das heißt, es ist ein komplett neuer Cube gebaut worden. Und das bedeutet, Disposable ist im Prinzip ein Wegwerf-Cube, ein Einmal-Cube. Um mal ein praktisches Beispiel zu nennen, wann es sinnvoll ist, einen Wegwerf-Browser quasi zu nutzen, ist, wenn du per E-Mail einen Link zugeschickt bekommen hast, wo du dir nicht hundertprozentig sicher bist, ob dieser Link auch sicher ist oder nicht. Ob möglicherweise Schadsoftware dahinter steckt oder eben nicht. Und ich kenne mich auch selber, auch ich bin immer enorm neugierig. Ich persönlich mache das ja ähnlich, wenn ich zum Beispiel auf meine, so ein Typ im Internet-E-Mail-Adresse, wieder irgendwelche Anfragen kriege mit einem Link, wo ich mir was angucken soll. Ja, dann erstelle ich meistens eine virtuelle Maschine, installiere dann ein schnelles, kleines, schlankes Betriebssystem und dann öffne ich diesen Link im Prinzip in dieser VM. Und wenn da irgendwas Schlimmes passiert, dann lösche ich die VM wieder und dann war es das. Ja, aber so kann ich eben testen und prüfen, ob dieser Link zum Beispiel sicher ist. Und das löst im Prinzip dieser Browser. Ja, und dann sobald ich den wieder schließe, den Browser, dann kommt jetzt hier gleich die Meldung, dass hier dieser Cube geschlossen wird. Und dann ist im Prinzip nichts passiert. Und das ist wirklich, sowas wünsche ich mir als Standard für normale Betriebssysteme, für alles, auch für Windows. Auch für Windows kann sowas extrem hilfreich sein, einfach eine Browser-Instanz in einem Hypervisor zu starten. Und Windows zum Beispiel hat das auch standardgemäß schon drin im System mit. Ja, schon alleine das Subsystem für Linux läuft ja auch über so einen Hypervisor mit. So, dann schauen wir mal an, was wir sonst noch hier haben. So, wir haben hier noch einen Wegwerf HUNIX quasi. Und HUNIX ist quasi der Tor-Browser. Das ist die Tor-Software. Und wenn ich jetzt hier den Tor-Browser einfach mal öffne, dann werden hier zwei Sachen gestartet, wie ich sehe. Einmal SysHUNIX wird gestartet und der Disposable-Browser. SysHUNIX, das sehen wir jetzt hier drunter. Das hier ist der Service-SysHUNIX. Der ist komplett abgeschirmt. Und dieser läuft im Prinzip für sich selber. Und er enthält sämtliche Dienste zum Starten und Stoppen von Tor. Ja, und das heißt, dieses Schwarz bedeutet es absolut abgesichert. Ja, das Ding ist wirklich absolut safe. So, ich werde jetzt hier einfach mal auf Next gehen und Tor will be enabled. So, der Wegwerf-Tor-Browser hat sich bereits geöffnet. So, ich mache hier Next und dann warten wir mal kurz, bis er das Relay hergestellt hat, bis er die Netzwerkverbindung hergestellt hat. So, Finish. Und dann können wir jetzt hier in diesem Tor-Browser einfach mal auf IP-Check gehen. Und dann steht hier auch, dieser Tor-Browser ist konfiguriert. Meine IP-Adresse ist dann diese hier. Und ich kann versichern, das ist nicht die IP-Adresse, die ich jetzt aktuell auf meinem Rechner habe. Und das ist auch nicht die IP-Adresse, die in meinen Router rausgeht. Das habe ich nämlich auch nochmal geprüft. Also, es ist schon die Tor-IP-Adresse. So, hier wird jetzt noch ein System-Check durchgeführt. Das können wir einfach in Ruhe lassen. So, dann kann ich mich jetzt hier, ja, austoben. Ich kann hier walten und gestalten, wie ich das Ganze haben möchte. Ich kann hier auch in die News rein oder im Darknet im Prinzip ein bisschen rumsurfen und schlimme, schlimme Dinge machen. Oder Geheimnisse verraten von meinem Arbeitgeber, zum Beispiel an der Presse oder so. Und, ja, dann schließe ich das hier einfach. Der Browser, Multiple Tabs und dann ist weg. Dann wird dieses Cubelet geschlossen. Ich nenne das jetzt einfach Cubelet. Auch wenn es ein Cubelet ist, die Verniedlichung ist also ein Würfelchen. Ja, dann wird das Cubelet geschlossen und dann ist dieser Browser tot. Ja, diese Unix-Gateway-Verbindung, die lassen wir jetzt einfach mal in Ruhe testen. Das macht der Gateway ja auch immer. Das ist übrigens auch die Abkürzung Unix-WS und GW. Ganz hier unten sieht man dann die Templates, die dazu gehören. Also GW ist das Gateway und WS ist das Workspace. Wer Unix kennt, wenn man das installieren möchte, herunterladen möchte für seinen Windows-Rechner oder eben auch für sein ganz normales Linux, dann lädt man sich in der Regel VirtualBox-Templates runter und öffnet die dann einfach fertige Container in VirtualBox. Und dann läuft das im Prinzip out of the box. Und dann hat man auch zwei VirtualBox-Systeme, einmal Unix-Gateway und Unix-Workspace. Und nur über ein Workspace kann man dann auch ins Tor-Netzwerk rein. Gut, dann machen wir mal weiter. Was haben wir sonst hier noch? So, dann gibt es hier den Anon-Unix. So, dann gibt es das gelbe Cube, das Personal Cube. Der ist eben komplett abgeschirmt. Und der hat hier dann die Farbe Gelb. Das kann man dann entsprechend dann sehen. Hier gibt es auch Einstellungen zu dem Cube Personal, der jetzt gleich gestartet wird. Es öffnet sich jetzt gleich eine Dateiverwaltung. Ich glaube, GNOME Files müsste sich gleich öffnen. Sehen wir auch gleich. Und dann kann ich hier zum Beispiel das Net Cube auswählen. Ja, da ist es. Das ist also gelb und GNOME Files. Hier erklärt er mir das Ganze dann auch nochmal. Ach nein, das ist der System-Check. Der war also erfolgreich. Sehr schön. Und hier kann ich jetzt in meinen Personal Settings einstellen, wie zum Beispiel mein Personal Home ins Internet gehen soll. Im Prinzip kann ich jetzt hier den Netzwerk Cube einfach auswählen. Standgemäß ist die Firewall aktiv. Das ist dieses Firewall. Das ist auch der Standard. Hier steht auch Default. Ja, es geht ganz normal über die Firewall raus. Ich kann aber auch direkt ohne Firewall ins Netzwerk. Das ist natürlich nicht zu empfehlen. Aber ich kann eben auch Hunix auswählen. Dann kann ich über meinen Personal Browser, auch über das Personal Home, direkt ins Tor-Netzwerk rein, also ins Darknet rein. Oder ich kann die Netzwerkverbindung sogar komplett abschalten. So, des Weiteren kann, sehe ich dann auch hier einmal den Namen und das Label und vor allem auch, welches Template genutzt wird. Das heißt, mein Personal, mein Personal Cube ist das Betriebssystem Fedora 36. Falls ich also zum Beispiel so persönliche Sachen wie Vim oder Emacs oder sowas installieren möchte, dann weiß ich im Prinzip, welchen Paketmanager ich dafür nutzen muss. So, dann haben wir hier dann unsere IP-Adressen. Das sind die internen Cube-IP-Adressen. Die Cubes an sich können, solange sie mit der Firewall verbunden sind oder beziehungsweise mit dem NetCube verbunden sind, auch untereinander intern kommunizieren. Das heißt, ich kann zum Beispiel einen WorkCube, den WorkCube auch nehmen und könnte dann so einstellen, dass ich hierüber kommunizieren kann, dass der aus derselben IP-Range kommt. So, hier haben wir dann auch Speicher. Hier steht, ich kann maximal 2 GB hier abspeichern. Ist klar, ich habe ja nicht unendlich Speicherplatz. Das braucht ja alles irgendwie ein bisschen Speicher. Und als Private Storage wurde mir jetzt hier erstmal 2 GB vergeben. Das kann ich aber nach Belieben erhöhen. Ich kann zum Beispiel den Cube einfach klonen. Wenn ich also noch einen zweiten Personal Cube haben möchte, der dieselben Einstellungen und dieselben Sachen hat, aber eben ich für was anderes nutzen möchte, zum Beispiel für den Sportverein, dann habe ich zum Beispiel einen für den Verein. Das können wir jetzt mal machen. Wir klonen den einfach mal und sagen, der heißt einfach Verein. Gut, da hier alles kleingeschrieben ist, machen wir das auch. So, sage einmal OK. Und jetzt ist der Cube geklont. Und wenn wir jetzt hier sehen, haben wir hier einen Cube Verein. Und wenn ich jetzt hier die Cube Settings aufmache, dann sehe ich hier jetzt die Cube Settings für Verein und für Personal. Und ich sehe hier, der Verein hat die IP 1037.0.16 und der Personal Cube hat 1037.0.14. hat also wirklich jeder seine eigene IP-Adresse und die könnten jetzt untereinander kommunizieren, wenn ich das denn möchte. Ich könnte hier zum Beispiel auch einfach eine Netzwerkfreigabe machen, einen Ordner einfach im Netzwerk freigeben für dieses Netzwerk, für dieses Gateway im Prinzip. Und ja, so kann ich dann im Prinzip Daten auch tauschen. Wenn wir jetzt mal schauen, ich mache jetzt hier mal den gelben Dings da. Wenn wir jetzt mal schauen, es gibt ja noch einen blauen Cube, der nennt sich dann Work. Den kann ich dann zum Beispiel verwenden, alles was blau ist, alles was mit meiner Arbeit zu tun hat, damit dann eben privat und Arbeit eben nicht miteinander vermischt ist. Gerade auch was der Browserverlauf oder die Bookmarks, also die Lesezeichen betrifft. Ja, und auch hier sehe ich jetzt Work. Da habe ich hier 10, 137, 015, 137, 014, 137, 016, also 14, 15, 16. Das sind also alles einzelne, wie einzelne Computer behandeln die sich. Ja, wie einzelne Rechner. Und ja, da kann ich hier auch die Sicherheitsstufe dann nochmal ändern. So, und wir können jetzt zum Beispiel mal folgendes machen. Hier kann man zum Beispiel noch Applikationen hinzufügen oder auch Geräte. Ja, wenn ich also sogenanntes Path-Through habe. Allerdings muss der Cube dann dabei geschlossen sein. Das funktioniert hier zum Beispiel sehr gut. Hier kann ich dann Geräte entsprechend zuweisen oder spezielle Anschlüsse zuweisen. Oder ich kann hier zum Beispiel auch Programme, Software, die bereits vorinstalliert ist, aber noch nicht im Menü verfügbar ist, kann ich dann hier zuweisen, wie zum Beispiel den Taschenrechner, wenn ich das möchte. Dann kann der Taschenrechner mal noch hinzugefügt werden. Und hier möchte ich KeyPassX noch haben, weil ich einen Password-Manager immer gerne mal habe. und dann lassen wir das mal so. Und hier drüben bei meinem Verein, da möchte ich gerne Gnome Discs hinzugefügt haben und meinetwegen Maps. Wir nehmen jetzt einfach mal irgendwas. So, mach mal Apply und hinzufügen überall. Ups, jawohl. So, und wenn ich jetzt hier oben schaue, Personal Cube, dann sehe ich es hier zum Beispiel KeyPassX oder auch der Taschenrechner. Die sind jetzt verfügbar. Das ist der Gnome Calculator. Ja, das ist so ein Gnome-Taschenrechner. Das ist, glaube ich, der neue Gnome-Taschenrechner. Ja, Gnome 42. Und beim Verein fehlt mir der Taschenrechner. Dafür habe ich hier beim Verein Maps. Und ja, ich kann natürlich verschiedene Sachen nebenan auch aufmachen, selbst wenn sie dieselbe Farbe haben. Damit ich aber auch nicht durcheinander komme, welches Fenster jetzt hier zu welchem Cube gehört, steht immer in diesen geeckten Klammern dann drinne, zu welchem Cube das gehört. Personal und Calculator. So, wir können jetzt mal was ganz Verrücktes probieren. Und zwar öffne ich jetzt hier einfach mal Files und auch beim Verein ebenfalls Files. So, jetzt ist das schon ein bisschen schneller geöffnet worden. Das hat man gesehen. Und wenn ich jetzt hier einfach mal oben im Terminal und dann machen wir einfach mal irgendwas hin. Touch, Test, First.txt Ja, und hier kann ich dann zum Beispiel ebenfalls Open in Terminal und dann einfach Touch, Test, Unterstrich, mal ein Punkt, txt. So, dann haben wir jetzt hier zwei Dateien drinne. Die sind quasi jeder in seinem eigenen Ordner. Und wenn ich jetzt hier einfach mal versuche, die hier rüber zu schieben, dann stellen wir fest, dass das nicht verfügbar ist. Das funktioniert einfach nicht. Ja, ich kann jetzt hier nicht einfach Dateien irgendwie von A nach B einfach mal so heimlich in eine andere, in einen anderen Ordner so rüber schieben von einem komplett anderen Cube. Das geht quasi nicht. So, und dann gibt es noch den Volt, den Tresor. Der Tresor ist im Prinzip das sicherste, der sicherste Cube hiermit. So, denn der Tresor, das Volt ist komplett abgeschirmt von der Außenwelt und man hat auf dieses Volt keinen Internetzugriff. Also da geht kein Netz rein oder also kein Netzwerk rein oder raus. Man kann einfach nicht ins Internet. Aber man kann, wenn man es denn möchte, trotzdem zum Beispiel einen USB-Stick anschließen und diesen trotzdem auch in das schwarze Volt im Prinzip andocken. Wenn ich jetzt hier einfach nochmal größer mache und ich hier eintrage LSBLK, dann sehen wir jetzt, hier haben wir hier unten 30 GB XVDI. Das kennen wir schon, denn ich habe jetzt hier oben einfach mal den Ventoy-Stick, ebenfalls hier direkt an das Volt angeschlossen. Jetzt sehen wir hier auch die anderen Cubes, die alle offen sind. Und wenn ich jetzt hier sudo mount slash dev slash xvdi nach slash media einhänge, dann funktioniert das wunderbar. Tresor Dateien sehr gut. Dann gehe ich quasi eins nach oben. Einfach other locations hier hoch und dann media und dann habe ich trotzdem auch über den über den schwarzen hochgesicherten Volt habe ich trotzdem Zugriff auf den Inhalt von USB, von USB-Inhalten. Und ja, da merkt man dann auch, dass Sicherheit tatsächlich auch immer der Faktor Mensch ist. Denn wenn ich jetzt einen USB-Stick reingesteckt habe, wo Schadsoftware drauf ist als Datei, dann habe ich diese Schadsoftware möglicherweise in meinem Tresor, wo vielleicht wirklich lebenswichtige Dateien drinnen liegen, die dann entsprechend auch kompromittiert werden könnten. So, wir hängen das Ganze wieder aus. So, jetzt ist media wieder leer und dann kann ich hier den USB-Stick aus dem Volt wieder entfernen. Sehr gut. So, jetzt haben wir die einzelnen Cubes kennengelernt. Jetzt noch zu grundlegenden Funktionen von Cubes, die durchaus sehr, sehr wichtig sind. Einmal Updates. Da gibt es den Cube Updater. Der sieht so aus. Und dann kann ich hier entsprechende Updates durchführen. Aktuell sind nur für den Dome selber und für Fedora 36 Updates verfügbar. Ja, und dann kann man hierüber dann die Updates durchführen und dann werden die gesamten Templates geupdatet. Aber man kann auch ganz normal über den Personal zum Beispiel, über den Personal Cube oder auch über einen anderen Cube dann einfach separat Updates durchführen. Zum Beispiel dieser, mein Personal Cube ist zum Beispiel ein Fedora und Fedora nutzt ja sudo dnf Update zum Beispiel. So, dann wird das Ganze jetzt hier gecheckt und 16 Pakete werden hier zur Neuinstallation empfohlen, während 480 Pakete noch geupgradet werden. Das werde ich jetzt erstmal nicht machen, weil das dauert auch ziemlich lange. So, dann wollen wir nochmal schauen, wie so die Alltagstauglichkeit von CubeOS ist, ob es sich im Alltag überhaupt gut nutzen lässt und wie sich das auch gestalten lässt. So, als erstes gehe ich hier mit Rechtsklick einfach auf den Hintergrund und dann gibt es hier die Desktop Settings und hier kann ich dann entsprechend ein nettes Hintergrundbild anpassen. Ich kann auch mein eigenes Hintergrundbild oder das ist ja Grell Hintergrundbild hinzufügen, wenn ich das dann möchte. Ja, also so lässt sich das dann auf jeden Fall recht gut gestalten. Das lasse ich jetzt aber mal so, wie es ist. Ich nehme das Original. Und dann gibt es ja zum Beispiel noch das Panel und die Fenster, die ich vielleicht auch noch mal gestalten möchte. Und da gibt es hier die System Tools und unter anderem eben hier Appearance. Und dann kann man hier dann entsprechend das Aussehen zum Beispiel etwas anpassen. Ich kann das hier zum Beispiel dunkler machen. So kann ich zumindest den Fensterlook und auch die Leiste einstellen. Ich belaste das jetzt bei Add weiter, bei dem Standard. Das gefällt mir so ganz gut. Hier kann ich dann noch die Icons, das Icon Set entsprechend ändern und auch die Schriftdaten. Und dann gibt es noch bei den Settings, gibt es dann noch den Window Manager. Und hier kann ich dann noch auch den Fensterrahmen im Prinzip anpassen. Und da gibt es hier schon etliche, wirklich sehr, sehr, sehr viele vorgefertigte Sachen, die ich mir hier aussuchen kann. Hier gibt es zum Beispiel den Windows XP Style. Gestern am Samstagabend habe ich zum Beispiel auf Twitch ein Lubuntu mit LXQ in eine Windows XP Optik eingetaucht. Und auf diese Art und Weise kann man dann hier wirklich jeden Stil dann auch annehmen, den man dann so haben möchte. Und die Farben nachher bleiben auch. Hier ist jetzt zum Beispiel dieses Blau. Wenn ich allerdings dann, ja, wir können das ja mal testen. Ich lasse das jetzt hier mal bei Exo Set. Machen wir Close. Und wenn ich jetzt hier mein Personal öffne, zum Beispiel in Firefox, dann ist der Stil zwar gleich, aber es ist dann nicht mehr Blau, sondern es ist auch Gelb. Das heißt, die Farben bleiben tatsächlich dann bestehen. So, soweit zum Aussehen. Man muss natürlich bedenken, Cubes OS ist eben nicht dafür gedacht, dass man es übermäßig, die Optik übermäßig tweakt. Der Fokus liegt halt ganz woanders. Und wie sieht es denn aus mit der Software? Was kann ich denn an Software herunterladen? Und wie funktionieren zum Beispiel Flatpacks? Dazu gehe ich hier nochmal bei meinem Personal einfach mal in die Personal Cube Settings. Und da gibt es ja hier die Applications. Und bis jetzt sind ja nur ein paar wenige Applications hier drüben ausgewählt. Und es gibt aber zum Beispiel noch hier den Punkt Software. Den setze ich jetzt hier auch mal rüber. Mache Apply und OK. Und dann gibt es jetzt hier drüben unter Personal gibt es jetzt hier den Punkt Software. Und das ist das Gnome Software Center. So, und dann hat man hier das ganz normale Software Center mit allen Programmen, die man eben so benötigt. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel die LibreOffice Bibliothek haben möchte, kann ich hier einfach nach Libre suchen und dann kann ich mir hier, ja, LibreOffice, die komplette Suite im Prinzip installieren. Das läuft dann hier zum Beispiel über Flatpak. Ja, das heißt Flatpak ist schon, ja, vorinstalliert. Flatpak, FlatHub. Und lässt sich dann auch sofort nutzen. Das ist quasi schon von, ja, das ist ja so ein Fedora-Ding auch. Ja, weil es ja Fedora, Linux und Flatpaks ist standardgemäß bei Fedora immer mit installiert. Und sollte normalerweise auch hier im Software Center drin sein. So, wir können da noch mal schauen, ob zum Beispiel Spotify mit dabei ist. So, hier steht Spotify is not found. Und das liegt daran, das ist jetzt meine Vermutung, dass FlatHub zwar aktiviert ist, Flatpak, die Software, die aber im Software Center ist, lediglich die, ich sag mal, Fedora-Software ist oder die Software, die auch über das normale Fedora-Repository verfügbar ist, dass die die einzige ist, die hier als Flatpak angeboten wird. Und das heißt, wenn ich dann Drittanbieter-Software haben möchte, die es nicht in den Repositories gibt, in den regulären Repositories, dann muss ich diese noch quasi hinzufügen. Ja, wir können mal hier bei Software-Repositories schauen. Ja, hier sehen wir, Fedora-Flatpaks ist aktiviert, und Fedora-Flatpaks bedeutet eben auch, dass die Fedora-Applications, also die, die auch so regulär über das ganz normale, über den Fedora-Paketmanager normal installiert gehen, die sind eben auch innerhalb von Fedora als Flatpaks verfügbar. Alles andere muss jetzt noch, ja, separat aktiviert werden. Hier gibt es zum Beispiel Adobe Systems, kann man noch aktivieren. Also hier gibt es dann tatsächlich viele Repositories, die man einfach aktivieren kann. Wenn ich den Google Chrome-Browser haben möchte, dann aktiviere ich das hier und installiere dann Chrome. Ich kann auch noch ein separates Repository aktivieren für die Security-Testings innerhalb von CubeOS, wenn ich das möchte. Und natürlich ist auch RPM Fusion mit dabei, auch das kann ich aktivieren. Und das Schöne ist, wenn ich das jetzt hier zum Beispiel aktiviere, dann ist es wirklich nur für Personal verfügbar. Nicht zum Beispiel für Verein oder auch nicht für Work. Da ist es dann nicht verfügbar. Es wird wirklich nur für diesen eigenen Cube aktiviert. Ist CubeOS also alltagstauglich? Nun, durchaus lässt sich CubesOS ganz normal benutzen, wie jedes andere Betriebssystem auch. Allerdings sollte man hier wirklich auf sehr, sehr gute Hardware setzen. Am besten CubesOS auf ein System mit sehr, sehr viel RAM-Speicher und einem guten Prozessor installieren, da das Erstellen und Schließen von Cubes dann doch eine ganze Menge Ressourcen verbraucht. Auch sonst sollte man immer mit kleineren Einschränkungen rechnen. Dadurch, dass jede Anwendung abgeschirmt ist und die einzelnen Anwendungen oft gar nicht für solche Sachen vorgesehen sind, kann es immer mal zu Problemen kommen. Zum Beispiel habe ich Spotify hier nicht zum Laufen bekommen. Generell macht CubeOSOS aber durchaus einen sehr, sehr guten Eindruck und wenn der Rechner dann eine entsprechende Performance hat, läuft das alles auch sehr flott. Gerade die Cubes, wenn die einmal geöffnet sind, dann laufen die Programme innerhalb dieses Cubes auch wirklich sehr, sehr schnell. Ist Cubes nun das sicherste Betriebssystem der Welt? Ja, natürlich. Allerdings kann jedes Betriebssystem das sicherste Betriebssystem der Welt sein. Denn Sicherheit und Datenschutz sind oft gar kein Software- oder Hardware-seitiges Problem, sondern das Problem sitzt oft vorm Bildschirm. Aber was weiß ich schon, ich bin ja nur so ein Typ im Internet.